so also leute hallo heute ein wichtiges thema was mir zum beispiel vor zwei jahren eigentlich sehr geholfen hätte aber da gab es leider noch keine sunny nose sonst hätte ich mir das mal angeguckt naja auf jeden fall geht es darum vegan bodybuilding bzw fleischfreier muskelaufbau geht das überhaupt ich habe ja zwei jahre jetzt streng vegan gelebt ja also streng kann man es nicht nennen war ja total freiwillig hat sich automatisch so ergeben und möchte euch erzählen ja wie sich das verhielt mit dem muskelaufbau mit dem krafttraining ob das überhaupt ging meine tipps und tricks meine ratschläge für euch und wovor ihr euch bitte wappnen sollt und was ihr nicht tun sollt und ob das überhaupt alles möglich ist und so also man geht ja aus verschiedenen gründen plötzlich zur veganen ernährung über der eine aus ethischen der anderen aus gesundheitlichen der anderen willst einfach noch mal ausprobieren ja also bei mir war es wirklich komplett ein totales experiment einfach total offen dafür war ich aus aus keinem bestimmten grund vor allem nicht gesundheitlich weil ich nie ein problem mit tierischen produkten hatte selbstverständlich habe ich ein problem mit der massen die haltung und ja mit dem ganzen wie das gehandhabt wird heutzutage das natürlich ganz furchtbar und grundsätzlich rate ich natürlich jedem der auch der tierische produkt ist die von einer guten quelle zu beziehen sofern es heute noch möglich ist also vielleicht ein bauernhof wobei es daher auch heutzutage abgeht wie naja ich weiß es nicht naja das ist ein anderes thema das muss jeder für sich entscheiden warum er vegan lebt leben möchte oder das aufprobieren möchte ich war halt damals total auf der low carb schiene und auch total beeinflusst von den von der kohlenhydratpanik die plötzlich vermittelt wurde und habe dann irgendwann gedacht das kann doch nicht sein und hat viele tierische zeugs das ist auch irgendwann auch hier habe ich mich schon richtig vor geekelt habe ich gedacht das kann doch nicht gut sein so jetzt macht man komplett einen anderen weg ja was komplett das gegenteil vegan und ich denke mir halt einfach immer ja man muss die sachen selber ausprobieren damit man überhaupt nicht ein urteil bilden kann da ich ja auch mich dem bodybuilding immer mehr gewidmet habe und im krafttraining und muskelaufbau intensiv widmen wollte vor zwei jahren ging das eigentlich richtig los bei mir erst habe ich mich natürlich auch dann herum gegoogelt ja geht das überhaupt ohne fleisch denkst du dir natürlich zuerst mal das kann doch nicht gehen ja die fressen doch alle jeden tag ihr hähnchen und ja gut findste immer irgendjemand der sagt nein das ist scheiße find immer jemanden der sagt nur das ist der einzig wahre weg wie immer leute ja im endeffekt muss jeder selber für sich entscheiden was für ihn für sein ziel für für sein wohlbefinden und für sein ne für für seinen kopf der richtige die richtige ernährungsweise ist auf jeden fall ich wollte ausprobieren ich habe es ausprobiert und habt die verschiedensten veganen ernährungsformen ausprobiert also die verschiedensten makro nährstoff verteilungen also einmal wirklich high carb low fat ja dann high carb higher protein low fat dann low carb faser hatte ich auch dabei in der wettkampf vorbereitung vor allem und kann euch da jetzt wirklich meine erfahrung mal erzählen weil das wirklich sehr aufschlussreich und sehr signifikant ja teilweise die unterschiede auch waren also leute wenn ihr euch jetzt entscheidet ich mache jetzt vegan und fang dann an euch so ein bisschen durch zu googeln ja wie jetzt überhaupt ne stoßt ihr wahrscheinlich wie auch ich damals auf die high carb low fat vegane schiene ja die ist ja sehr verbreitet im veganismus ne das ist alles sehr kohlenhydrat lastig ist und man braucht gar nicht so viel protein und fett überhaupt nicht und so man stößt da auf personen wie freely und so weiter ne dieser 80 10 10 high carb low fat vegane lifestyle oder auch starch solution habe ich alles ausprobiert sogar raw till 4 wo du bis 4 uhr nur früchte isst ja aber richtig viel und wo ihr halt auch teilweise habe ich ja schon mal ein video drüber gemacht raw till 4 hier warum ich das nicht mehr tue was ich davon halte alles in bezug halt auch auf den muskelaufbau und auf den kraftsport ja wo du halt wirklich teilweise auch da wo dir eingetrichtert wird du musst den ganzen tag so viel pflanzen essen wie nur geht ja so viel kohlenhydrate nicht reinstopfen wie nur irgendwie möglich ne jo gut warum musst du das klar weil man mal überlegt wenn du keinen keine tierischen produkte ist musst du natürlich zum beispiel jetzt hier echt tonnenweise brokkoli essen um da auf dem proteingehalt irgendwie in den nennenswerten zu kommen natürlich muss ich dann voll stopfen ja oder reis oder was weiß ich damit sich da mal was läppert ja wohingegen der alles fresser sich da im steak ballert und dann hat er sein protein ne und dann muss er sich nicht voll stopfen bis oben hin ja das mag man alles betrachten wie man möchte wie gesagt in meinem video rottel vor sage ich ja auch schon für ausdauersportler ne oder für so ja leistungs ausdauersportler ist das vielleicht eine sache aber ich würde es nicht mehr tun rottel vor und high carb low fett es war eine coole erfahrung ich bin lange darauf hängen geblieben ja und vor allem diese energie die du plötzlich hast im gegensatz zur low carb ernährung ist natürlich krass und gefällt einem dann erst mal sehr gut ja auch muskeln konnte ich aufbauen damit aber leute im vergleich ach so ja und dick wurde ich auch nicht dadurch ne aber so im vergleich als ich dann begonnen habe mehr protein einzuführen zeigten sich dann wirklich bei mir sofort ja also wirklich richtig schnell viel viel bessere ergebnisse im muskelaufbau also das muss ich wirklich sagen ne weil wenn man in die vegane schiene reinkommt hört man wirklich von vielen seiten protein ist eigentlich voll scheißegal brauchst du gar nicht so ungefähr ne aber auch mit fett wird das sehr schnell so kommuniziert ne also möglichst niedrig sein fett halten sollst und so und fett ist gefährlich und überhaupt und verstopft und weiß ich nicht ja leute ich habe natürlich ein bestimmtes wissen was ernährung angeht und eine bestimmte überzeugung und ich bin einfach davon überzeugt dass der körper alle nährstoffe braucht ja in einem gewissen maß und je nachdem wie du lebst was du für ein krankheitsbild hast was du für ein fitness level hast was du für ein ziel hast ein sportliches ja muss man da seine makronährstoffe natürlich ein bisschen anpassen aber sofern du krafttraining betreibst brauchst du nur noch protein ja mehr als derjenige der nicht krafttraining betreibt und deswegen ist auch im veganismus wichtig ausreichend protein zu sich zu führen um muskelaufbau möglich zu machen ja oder muskelerhalt ja allein aber auch das fett ist wichtig leute und da habe ich dann auch immer mehr angefangen wieder mein fett zu erhöhen weil ich einfach weiß wie wichtig fett ist ja und das kann einfach auf dauer nicht sein da unter 30 gramm fett zu liegen als frau vor allem also das geht gar nicht ja und ja leute so nachdem ich meinen fettgehalt wieder schön hochgeschraubt habe und da wirklich zwischen 50 bis 80 und teilweise sogar auch 100 gramm liege ja geht es mir hervorragend habe ich noch bessere fortschritte in meinem krafttraining machen können und bin insgesamt befriedigter gesättigter energetischer konzentrierter alles funktioniert wunderbar ja also ich rate euch da wirklich ausbalanciert zu bleiben egal ob ihr alles esst ob ihr vegan lebt vegetarisch was auch immer das ist wichtig also die eine tücke und hürde ist vielleicht dabei dass ihr wirklich auf diese antiprotein antifett kommuniziere im internet stoßt und euch da ein bisschen beeinflussen lasst vertraut mir leute wenn ihr muskeln aufbauen wollt wenn ihr kraftsport betreibt habt ihr auch wenn nicht ja einfach zum gesund bleiben ihr braucht alle nährstoffe ja und keiner der nährstoffe sollte da wirklich extrem niedrig gehalten werden das mal grundsätzlich so eine nächste hürde ist natürlich auch die intoleranz ich meine egal welche ernährungsweise ihr verfolgt es gibt immer leute die sagen das ist scheiße das ist nicht gut ja aber gerade im veganismus gibt es halt viele die diese ernährungsweise dann wirklich als die einzig ware ansehen ja und sobald du irgendwie mal eine ausnahme machst bist du ein schlechter mensch ja und genauso gibt es aber natürlich auch diejenigen die sagen veganismus im bodybuilding what the fuck alter was ist los mit dir geht gar nicht ja machst du denn ja pussy gibt nichts mit gains jetzt könnt ihr viel bessere gains machen und so weiter also ich kann euch sagen egal ob ihr alles esst ob ihr fleisch esst ob ihr nur milchprodukte erst es also egal ob vegetarisch oder vegan ich kann euch sagen äh eine passende makronährstoff verteilung für euren kraftsport sollte sein äh ja also eure bestimmte menge an kohlenhydrate eure höhren euren höheren proteinbedarf euren ganz normalen fettbedarf solltet ihr decken egal wie ihr euch ernährt ja und das geht mit allen ernährungsformen und somit werdet ihr auch erfolge haben egal ob mit oder ohne ätherische produkte ja also das ist gar kein thema was man natürlich dazu sagen muss ist dass im veganismus auf jeden fall eine bestimmte supplementierung sein muss b12 braucht ihr auf jeden fall wenn ihr kein fleisch esst das ist nun mal fakt ja das mag beim einen oder anderen schon alarmglocken zum leuten bringen wie kann das dann eine gute ernährung sein wenn man da irgendwas unbedingt supplementieren muss ja ja wie gesagt es muss ja nicht die richtige ernährung die grundsätzlich richtige ernährung sein ja es gibt nicht die grundsätzlich richtige ernährung aber es gibt einfach für jeden menschen eine ernährungsform die ihm selber passt die ihn gut fühlen lässt wo er dahinter steht mit der er sich wohlfühlt und für manche menschen ist es einfach eine pflanzliche ernährung für manche nicht ja ganz einfach deswegen da auch tolerant sein jemand der sich vegan ernähren möchte supplementiert als sein wird zwölf und dann ist gut leute ja als kraftsportler würde ich eben auch empfehlen bcaa zu sich zu nehmen einfach dass ihr da wirklich die wichtigen aminosäuren auch sicher habt für den muskelaufbau ja weil dann habt ihr das auf jeden fall aus dem nacken und müsst euch nicht den ganzen tag gedanken machen ey habe ich jetzt auch irgendwie das komplette aminosäure profil durch meinen reis durch meine bohnen durch meine hülsenfrüchte irgendwie gedeckt man muss natürlich bereit sein äh als veganer kraftsportler dann ein bisschen darauf zu achten dass du genügend protein hast auf dein protein kommst du als veganer durch hülsenfrüchte durch äh ja durch reis kommst du auch ein bisschen drauf äh durch soja produkte klar gibt es tempeh tofu seitan seitan empfehle ich nie gerne leute das ist reines gluten ich weiß nicht ich nehme skeptisch gegenüber ich mag das einfach auch nicht ja äh tofu alles klar wunderbar ja soja produkte also aber hier ist auch wieder so eine sache zu viel tofu ist auch wieder zu viel auch wieder nicht gut ja also da auch ein bisschen maß halten dann wird es aber schon wieder schwierig woher das protein gut viele hülsenfrüchte essen verträgt der eine oder andere nicht gut möchte ja nicht gerne essen ja und dann muss man halt bereit sein ähm ein paar shakes zu trinken finde ich das ist eine super bequeme und praktische und hochwertige proteinquelle ein veganer shake der auch nicht auf soja basis äh hergestellt ist sondern eben aus reis protein aus erbsen protein und im besten falle eben eine kombination aus zwei komponenten ja also reis plus erbse hanf plus erbse hanf plus reis was auch immer so habt ihr nämlich wirklich eine vollständige äh aminosäure versorgung so wie es auch im whey protein der fall ist aber natürlich könnt ihr auch ein reines soja protein nehmen das ist auch ein komplettes aminosäure profil kein problem ja wenn ihr sonst nicht so viel tofu es ist das auch kein thema das könnt ihr machen wie ihr wollt ihr könnt auch den ganzen tag tofu essen wenn ihr das äh möchtet ja alles euch überlassen auf jeden fall man muss natürlich ein bisschen darauf achten woher man sein protein kriegt als veganer ist nicht also ein ist nicht allzu einfach als wenn man fleisch essen würde klar aber wenn man einen grund hat und eine motivation und freude daran hat sich vegan zu ernähren dann geht das dann ist das gar kein problem war bei mir genauso ich habe das wirklich gerne gemacht ich habe mich sehr gerne vegan ernährt ich habe da keine defizite dann mit der ausgewogenen nährstoff balance feststellen können mir ging es gut alles wunderbar jetzt ist bei mir einfach der zeitpunkt gekommen wo ich wieder bereit bin und einfach wieder lust habe ein paar tierische produkte einzubauen und da einfach lockerer geworden bin wenn ich mir was gönne ein paar treats und meine proteinriegel binges da ist natürlich auch whey drin wozu ich allerdings sagen muss milch trinke ich nicht käse esse ich nicht und whey protein da muss ich auch sowieso aufpassen weil ich davon eigentlich ratzfatz noch direkt nach dem trinken eines shakes pickle bekomme ja das ist natürlich auch so eine sache aber gut ja ansonsten eier sind aber wieder ein fester bestandteil geworden in meiner ernährung aber ich achte da absolut drauf dass ich das wirklich vom glücklichen huhn was ich auf dem bauernhof streicheln kann kriege ja ich meine das ist eine herausforderung heutzutage da gute quellen zu finden aber ich mache das wie es mir möglich ist so gibt jeder seinen teil dazu so macht jeder wie er möchte aber als fazit kann ich euch sagen veganes bodybuilding vegan muskel aufbauen geht absolut wenn ihr einfach eure makronährstoff verteilung genauso wählt also wie es für jeden kraftsportler sinn macht ja fett nicht zu niedrig halten finde ich protein nicht diskriminieren ja kohlenhydrate ja je nachdem was euer ziel ist wenn ihr ein bisschen schredden wollte dann müsst ihr die natürlich ein bisschen runter setzen das macht sinn ich würde nicht am fett runter gehen ich würde auch nicht am protein runter gehen in einer diätphase als bodybuilder da würde ich lieber den kohlenhydraten runter schrauben muss man halt mal durch das ist allerdings dann wieder eine herausforderung als veganer gerade wenn man die soja produkte etwas in maßen halten möchte weil dann muss man wirklich viele shakes trinken am tag ja also es sei denn man ist noch seitan oder so aber da ist wieder der punkt von seitan ziehen viele wasser manche sogar von soja und dann hast du halt wirklich ein problem dann kannst du halt so wie ich das auch in meiner diätphase gehandhabt habe erbse reis protein shake essen brokkoli ja weil hülsenfrüchte haben wieder kohlenhydrate ne versteht ihr das bedarf halt ein bisschen bereitschaft aber wie gesagt wenn die motivation da ist dann sollte euch das ja gar nicht schwer fallen wenn ihr wisst wofür ihr das macht warum ihr das macht wenn ihr das gerne macht kein problem also leute veganes bodybuilding kein problem fallt nicht drauf rein auf die antiproteinschiene auf die antifett schiene ist meine meinung mein rat an euch supplementiert ein bisschen schlau kreatin wäre auch noch eine eine möglichkeit weil kreatin auch hilfreich ist für den muskelaufbau und kreatin eben nur in fleisch vorkommt deswegen könnt ihr kreatin zu euch nehmen ich habe es nie zu mir genommen ich vertrag es nicht bisher noch nicht also es geht auch ohne aber vielleicht habt ihr bessere erfolge mit das wäre noch so ein ratschlag von mir omega 3 ist aber noch wichtig omega 3 auf jeden fall auch supplementieren und dabei darauf achten weil klar leinsamen tier samen haben alle auch in omega 3 anteil aber die haben kein dh und dh ist wichtig also es gibt mehrere nahrungsergänzungsmittel die omega 3 und dh kombinieren integriert kombiniert haben auf pflanzlicher base zum beispiel alga omega wäre eine möglichkeit sec plus bringt demnächst ein kokosöl raus mit omega 3 und dh leute wenn es nicht schon da ist ich weiß es gar nicht das ist natürlich wieder die pure intelligenz in einem produkt das wäre auch noch eine super sache ja meine tipps für euch leute egal wie ihr euch ernährt es geht alles ja guckt womit ihr euch wohl fühlt und passt eure makronährstoffe an wunderbar easy going alles gut findet eine balance und seid tolerant niemand ist ein schlechter mensch weil er irgendein lebensmittel ist oder auch nicht ihr könnt von mir ich esse zum beispiel auch kein schwein ich bin gegen schweinefleisch konsum aber ich will niemals jemanden haten oder verachten weil er schweine ist das ist seine sache und auch wenn ich mich nicht mehr als vegan bezeichnen kann falls ich noch vegane follower habe ich habe immer noch sehr sehr viel spaß daran vegane Rezepte zu kreieren ich ernähre mich immer noch größtenteils pflanzlich von daher werde ich euch auch immer weiterhin berücksichtigen und euch auch immer eine vegane alternative bieten zu meinen Rezepten falls es nicht sowieso schon vegan ist ja also es hat mich auf jeden Fall sehr beeinflusst dieses zweijährige Experiment und ich habe davon viel mitgenommen werde davon sehr viel beibehalten so Leute macht's gut ich hoffe das hat euch geholfen bis dann tschüss bis dann wir bzw wir oder